Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Once Human mit Void Hallo Er winkt, so Cool, jetzt vergiss ich immer, es geht ja auch in dem Spiel Heute sind wir in Blackfell Oilfields Werden wir sich heute rumtreiben und suchen nach unseren wunderbaren Kisten Bewaffnet mit einer absolut schrottigen SMG Die ich eigentlich nur mehr so lange habe, bis die Munition ausgeht Ne, ohne Scheiß Leute Das ist eine scheiße Waffe Ich weiß, es wird sicher Leute gehen, ich spiele gerne mit Aber ich, ich, warte mal, ich hab die Ewig nicht genommen Jetzt haben wir es wieder genommen für die Wellen, was wir machen wollten Für das Acid Aber das ist ja wirklich, also Die ist da und dort irgendwie schlecht Ich weiß nicht Was? Ja, der komische Stein da Die Kisten, die da gerade stand Warte, ich komme Es war schon mal schwerer Ich meine, bei den ersten, wie wir das gefunden haben, hab ich mir gedacht, das sind vielleicht so So, ähm Jump'n'Run-Einlagen Beim ersten Mal war es ja wirklich eine kurze Jump'n'Run-Einlage, ne? Aber das war ja jetzt gar nix Aber man merkt, das hab ich mit Daki eh besprochen Man merkt, dass die Umgebung hier liebloser wird Je weiter es zum Ende kommt, desto liebloser wird es Ähm, nicht weil, weil es es nicht können Sondern weil es glaube ich einfach jetzt, äh, bei dem Test gar nicht bis da her wollten Weil es gibt ja den Boss hier auch noch nicht Es ist halt nur da, dass es da ist, aber es auch so halbfertig halt Das sind's noch nicht weit genug Da drüben ist irgendeine Crade auf dem Daki Für die Leute, die alle auf Level 50 wollen Hä? Für die Leute, die alle auf Level 50 wollen Ja, der Tester ist ja wirklich Man merkt's ja hier, dass das Irgendwie ist da Ja, fahr mal mit dem Moped eine Runde Dann weißt du, was ich mein Naja, bin eh schon mal gefahren Die ganz bis auf, im Norden Ganz oben Na Da fällt es dir dann spätestens nämlich auf, dass alle auszuschweben Da ist der erste Hm? Der erste Endpass, was da war, ist da Bin hier Haha, sehr cool Ja, ist ja geil Die haben bis jetzt in Wasser, dass die noch nie was gemacht haben bis jetzt bei mir Die sind immer nur stillgestanden bis jetzt Ja, und haben nie, nie kämpft Kämpf mich, ja, dagegen Nehmen wir den großen auch, gellä Ich mein, ich find's ja cool, dass die Bosse dann auch außerhalb zu steigen, aber Ist das ohne Deckung nicht ein bisschen heftig bei dem da? Oh, oh Ohhhhhhh! Bem, oder? Da drüben war jetzt schon wieder so komischer Kreis. Naja... Aber die haben bis jetzt nicht wirklich viel Sinn gehabt. Immer wenn ich drin war, da kommen Wellen an Gegner und dann... Da kommen Wellen an Gegner, aber dann ist irgendwie... Da ist ja nix scheiß rausgekommen, oder war da bei dir ein guter Luft drin? Ohhhh, ich weiss nicht, ich schau nicht. Ich weiss nämlich auch gar nicht mehr, was sie hergegeben haben. Ich weiss nicht, ich war damals nicht begeistert. Gear Crate gefunden. Also bist du da? Da war am Dach hier oben, ne? Da habe ich wieder so ein Blackfell-Quarton gekriegt auf Huf 4. Okay. Machen wir, wie gesagt, wie in der Haki dann, dass wir alle genug von dem Acid kriegen. Ja und die Haki sind sicher dann... Bitte? Naja, kommt drauf an. Kommt drauf an, wie die Gänger sind. Nein! 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 Du hast ja alles gescheiter aus. So habe ich gesagt, das ist gescheiter. Wir warten. Wenn das jeder rauskriegt und die Kiste legt, haben wir die dreifache Menge, ne? Da sind wir rein, da sind wir her. Dann müssen wir in die andere Richtung weiter. Lass uns da warten, aber schon gute Assids fallen. Aber trotzdem sind sie halt schwerer als die anderen kleinen. Die treasure quest great is here Ich bin zwar nicht bei ihr gerade, ich bin nicht bei ihr, aber ich habe es von der weite gesehen Und da ist auch wieder so eine Maschine mit den Karten zum rufen, was du gefunden hast Aber die wird da ein wenig heftig sein Vermutlich, ne? Naja, wenn du die Karten einschiebst, ist ja wurscht Ja, das schon, aber wenn der rund um den Gegner spawnen manchmal, werden wir vielleicht rausrennen Da kommen die starken Gegner dazu, ne? Wo hast du die Kisten gefunden? Hm? Wo hast du die Kisten gefunden? Na da jetzt, ne? Da drüben Wo bist denn du? Ich hab noch dann schauen Oh ja, da oben Da leuchtet es Ah ja Der Elite-Bus war da, in der Nähe Hm? Jawohl Jawohl Hast du das lag schoßen? Monila Ja Two-Shot Two-Shot Chess-Fee Zack Ja Ja Genau Ja 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 und hier gleich? Hier hat man eine Deckung gesucht. Aha. Was machen diese Quallen da? Die sind immun. Die gehen überhaupt nie. Ja, aber... Upsala. Ja, Gott. Die sind immun. Aber er kann man beschießen. Ja. Warum? Weiß nicht. Du? Die ist über dir. Ich will nur nicht, dass du dir auf deinen Kopf setzen. Dann schaust du aus wie das Viech die ganze Zeit. Hahaha. So. Okay. Ich schaue es einfach mal in den roten Körper rein. Ja, das ist ein fahrbasierter. Bodyblocked. Vier, pfeift aber noch mal so weit, gell, ins Gebiet. Ja, da hinten war halt nur so Eckerl. Eckerl. Ha! Das Eckerl ist ein bisschen groß. Hahaha. Das ist ein kleines Eckerl. Auf der Karte hat es gern ausgeschaut. Was würdest du denn machen mit blödes Viech da? Na ja, ich mach da mal einen Screenshot, aber... Das wird jetzt nett. Ein echt großes Gebiet. Ah, da sind schon Blumen und da ist... Wo hast du? Warte, komm. Ja, die Weaponcrate. Warte, komm zu dir. Warte, komm zu dir. Wo ist wohl hier? was hier. Ja, passt. Schau. Ja, den hab ich mitgebracht, gell? Ja. Das ist da. Da bin ich nicht angeschossen. Ich auch nicht. Ich schon, aber ich kann ihn nicht lupen. Ah, okay. Wahrscheinlich, weil's dem du nicht angeschossen hast. Super. Der klärt sich solidarisch nicht. Ja, dann hat man im Endeffekt eh schon alles, gell? Hm? Ja. Dann hat man ja schon wieder alles. So, das war's hier. YouTube, das war's. Ich hoffe, der Part hilft euch. In Blackfell Oil Fields, oder wie die heisst haben. Und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Kommt vorbei. Mich würd's freuen. Bis dann. Adios. Ja. Ja. Ja.